betriebsrenten alarm 1,4 millionen vbl-rentner haben wut im bauch betriebsrente verliert seit 2002 beständig an wert mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de also ein stück aus dem tollhaus das muss man wirklich mal sagen wir hatten ja in einem beitrag vor kurzem schon mal davon berichtet dass rund zwei millionen betriebsrentnerinnen und betriebsrentner hier de facto kalt enteignet werden denn die anpassungssätze nach § 16 betriebsrentengesetz machen es möglich dass die betriebsrenten trotz ein prozent anpassung jährlich aufgrund der viel höheren inflation an geldwert an kaufkraft verlieren und genau das gleiche blüht 1,4 millionen vbl-rentnerinnen und vbl-rentner und die staunen tatsächlich nicht schlecht was mit ihrer betriebsrente passiert und das treibt denen tatsächlich die wut in den bauch angestellte im öffentlichen dienst sind meist automatisch in der vbl-pflichtversichert und zwar um eine einkommensdifferenz zwischen den gesetzlichen renten und den pensionen verbeamteter kollegen im auszugleichen soll die betriebsrente der vbl sozusagen helfen das heißt also ein gesetzlich rentenversicherter angestellter bekommt weniger altersrente und dafür bekommt er aber eine vbl-rente und diese vbl-rente soll den einkommensverlust zwischen der differenz altersrente und pension eines vergleichbaren kollegen ausgleichen das ist der hintergrund der vbl-rente aber genau das macht ja die vbl-rente gar nicht mehr die vbl-rente verliert seit 2002 beständig an wert und der grund ist relativ einfach die vbl-rente wird jährlich um nur ein prozent angepasst hingegen beamtenpensionen die im wert schon deutlich höher sind als normale angestellten renten jährlich mit den tarifanpassungen im öffentlichen dienst angepasst werden und wir haben ja gerade die diskussion von verdi und von anderen gewerkschaften die wollen ja 10,5 prozent mehr lohn und gehalt haben finde ich ja prima für alle angestellten und auch für die beamten im öffentlichen dienst habe ich kein problem damit aber wenn die tatsächlich 10,5 prozent mehr bekommen sollten und das durchsetzen können dann steigen die amtenpensionen auch um 10,5 prozent meine damen und herren hingegen aber die betriebsrenten in der vbl-rente nur um ein prozent steigen und das ist die eigentliche schweinerei und das ist eine leistung die im übrigen leider auch zurückzuführen ist auf die gewerkschaften die den vbl tarifvertrag ausgehandelt haben meine damen und herren die anpassungsregelungen für die vbl betriebsrente finden sie in der vbl satzung und zwar in der aktuellen 32 fassung der vbl satzung und zwar im paragraf 39 und da steht folgendes geschrieben die betriebsrente wird jeweils zum 1 juli erstmals aber dem jahr 20 2002 um ein prozent ihres betrags erhöht seit 20 jahren wird die betriebsrente nur um ein prozent pro jahr angepasst und sie werden es nicht glauben aus dem die tarifvertragsparteien bestehen ja nicht nur aus arbeitgebern ich hatte schon gesagt sondern auch aus den gewerkschaften 1,4 millionen betriebsrentnerinnen und betriebsrentner der vbl-rente werden aus meiner sicht de facto kalt enteignet eine änderung ist nicht in sicht wir können nur hoffen dass der bundeskanzler wie angekündigt gegen diesen missstand vorgehen will er plant möglicherweise die abschaffung der doppelten verbeitragung in der beiträge für die gesetzliche krankenversicherung von betriebsrenten das wäre ein erster guter schritt ein zweiter schritt es muss selbstverständlich die betriebsrente zumindestens mit den entsprechenden höheren lebenshaltungskosten an also um die lebenshaltungskosten angepasst werden denn ansonsten nützt mir die betriebsrente nichts wenn ich 20 jahre lang immer weniger bekomme und oder eine betriebsrente bekomme für die ich immer weniger kaufen kann bei gleichen oder um ein prozent angepassten zahlbetrag ist das ja letzten endes tatsächlich ein kaufkraftverlust in der betriebsrente näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel